Ja, ich bin der neue Lehrer. Ich hab Sie da noch nie gesehen. Ja, weil ich neu bin. Morgen. Wer ist das, Frau Lehrer? Das ist euer Fuchs, meine Echer Assistent. Sie sind jetzt schon aus welchem Umfang? Baumgattinger! Hast du Blut aufgetragen? Fuchs, willkommen im straffen Tick. Zitabi, Jugendgerichtshilfe. Fuchs, ich bin ein neuer Lehrer. Ich bin da, um die Frau Berger abzulösen. Da sind Sie nicht der Erste. Da! Hey, hey, hey! Was darfst du mit? Da, Eure, es ist eng. Gibt's keinen Platz für Fehler. Du siehst, ungeduldig, aggressiv hat sich die Haare geschnitten. Wollt aber nicht vergessen, mit wem man es da zu tun hat. Wollen Sie gar nicht wissen, warum die da sind? Raufhandel, Körperverletzung, Vergewaltigung, Mord, wer weiß. Hörst einmal wirklich nur auf euren Herzschl. Wer will einen Apfelstrudel? Ich bin unklar. Eure Kollegin, die bringt viel zu viel Unruhe in den Betrieb. Du musst es visualisieren. Gut, werft sie mich raus, ist mir wurscht. Aber lasst den Kindern das wollen. Mache nicht das Leben, da erinnert sich so zu. Hilfe! Hilfe! Wieso sind Sie hier? Uns nimmt sowieso keiner mehr. Was soll ich jetzt machen? Das Richtige, Fuchs. Sprech dich schon auf! Das tut sich was an! AAAAAAAH! AAAAAAAH! Ich bin trotzdem, wie es gebunden ist! Frau Lehrer, Picasso kann mir den Schwanz lutschen. Wer will dir deinen Schwanz lutschen? Vielen Dank.